Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Let's Play Together GTA Online, muss man ja mal jetzt dazu sagen. Mit dem neuen Gegner-Modi Deadline. Mit mir an meiner Seite die Kata. Hallo Le. Der Levin. Hi, hi. Und unser Neuling, der Malte. Hallo. Ja, ähm, die meisten Sachen, soll ich es vorher noch erklären, worum es genau geht, oder machen wir das im Spiel direkt selber? Äh, du kannst jetzt erklären, aber für die Leute, die Dronnen kennen, werden das kennen. Aber für die Leute, die Dronnen nicht kennen, wird der Kevin jetzt kurz eine kleine Einführung erklären. Ja, ich werde mal kurz was einführen. Ja, führ was ein. Also, ähm, es geht einfach darum, jeder hat ein Motorrad, wie ihr oben auch in dem Bild seht, mit so einer Raketenspur. Es geht darum, andere Spieler aus dem Renn rauszuschalten, indem man sie dazu zwingt, in diese Raketenspur reinzufahren. Man kann nicht durch andere Raketenspuren durch, wenn man dann explodiert, man kann auch nicht durch seine eigene Raketenspur durch, wenn man dann explodiert. Es gibt zum Beispiel drei Items, die auf der Karte verteilt sind, ähm, einen Sprung, wenn man über die Raketenspur drüber springen kann, einmal eine Zeitverzögerung, das ist ganz in Zeitlupe, oder einen Boost, dass man zum Beispiel scharf, wenn man den Boost zündet, noch vor einem Gegner durchzukommen und der dann in deine Raketenspur reinfährt. Ähm, ja, man kann nicht campen, man kann sich nicht irgendwelche Ecken stellen, weil das Motorrad sich immer noch automatisch ein Stück weiter bewegt, das ist das Gute. Über die Kanten kann man nicht springen, weil es dann auch explodiert. Ja, ähm, jeder hat sechs Leben, heißt, sechs Menschen, die wir dann so raus, ja genau, wir machen drei Gewinnrunden, spielen natürlich bei Nacht, weil es am geilsten aussieht, und Rundendauer haben wir 15 Minuten, und der Spieltipp, der letzte Überlebende, also Last Man Standing, und, ja. Let's, fetz. Und ich würde sagen, starten. So sieht es aus. Auf geht's. Ja, wie gesagt, wer die Filme Thorn kennt, die Munster's Motorrad, das kann man dann kaufen, sobald man die erste Mission angespielt hat, äh, kostet dann 2,25 Millionen, dieser Suit, der hier leuchtet, ich hab übrigens den pinken, äh. Ach man, den wollte ich. Ja, und der kostet ungefähr 200.000, oder was auch so, ungefähr, kostet genau 200.000. Du hast Rabatt, ich hab nämlich nur 900, äh, 190.000 gezahlt. Rabatt, und dann 900.000. Direkt Aufschlag. Ja, es gibt, glaub ich, sowohl bei den Motorrädern, als auch bei den Zugriffen, acht oder neun verschiedene Farben. So, möge das bessere Licht gewinnen. Möge das Licht mit dir sein. Zum Beispiel. Lasst uns verleuchten. Der Himmel sieht ja auch voll gut geil aus, was ich gerade habe. Ja. Äh, wie gesagt, in irgendeine Richtung, oder fahr ich einfach so kreuz und quer? Du fährst kreuz und quer. Kreuz und quer, ja. Du bist also, du bist nicht gebunden auf deine Strecke, also wie du warm bist. Nein, du musst halt nicht zu plach bleiben hier. Und du kannst auch nicht gegen zu Häuser fahren, ne? Ne, dann gehst du auch nicht. Sobald dein Motorrad abbremst, weil wenn du jetzt gegen ein Haus fährst, oder so bremsst du automatisch ab. Huch! Scheiße, ich kann ja nicht, wenn ich durch eine Raketenspur durchgurden, dann bin ich tot. Ja, du hast mich leider eingelassen für mich durch. Alter. Scheiße, ich habe die Karte nicht gewählt. Das passiert, wenn man über die Karte... Ah! Nein! Huch! Was war euch los? Ja, ich habe nur den Fuß eingesetzt, leben in der Wind, aber bin auch dabei selber runtergeräumt. Ja, aber du oben auf der Karte sind ja diese drei Items. Was du weißt oder leckst, das ist dann karaktiviert im Moment. Du kannst auch nicht an dieser Rappen hängen bleiben, oder so, wenn deine Platte zu heben. Scheiße. Sobald dein Motorrad zu stoppen kommt, nichts wird wissen. Ja. Das ist auch das Gute. Man kann sich nicht in welche Hecke stellen und sagen, ich warte erst mal, was die anderen machen. Oder ich warte erst mal, dass alle sterben. Und dann. Das heißt, du musst aber diese Dinger suchen. Die, die eine... Schon lebt! Das ist immer knapp, gell? Ah, aber die hört irgendwo auf, die Raketenschwur. Nee, geht nicht ewig. Die zieht sich irgendwann natürlich, wie bei einer Schlange einfach mal. Ja, sehr schön. Ich tue's gerne. Ich wollte dich in deinen Fall, ich wollte eigentlich vor dir doch durch. Alter, war ziemlich schnell noch. Ja, ich hatte ja gerade erst Speed aktiviert. Ich hab dich gesehen und hab sie sofort Speed aktiviert. Ja, ja. Also Katastrophil im Spiel haben wir jetzt schon herausgefunden. Ja, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen testweise angezockt, ja. Und ich muss sagen, das macht einfach sowas von mega fun. Jetzt haben wir nur zu dritt, haben wir noch einen Venom-Spieler dabei gehabt. So, heute das erste Mal kommen wir zu viel. Was? Oh, keine Ahnung. Nein, ich falle runter. Scheiße. Ja, und unten seht ihr halt noch die Leben, die die anderen Bünder haben. Der Leben mit 4, meiner Wenikai mit 2. Der Malte mit 4. Und der Cutter mit 5. Oh, jawoll. Fuck, ja. Sie ist gut. Ja. Irgendwann muss ich ja gut sein. Ja, fliegen kannst du auch gut. Ja, gut. Geil, ne? Oh nein, der hat Zeitlupe aktiviert. Ich. Nein. Ja, stimmt. Wundervoll. Ich hab's immer nur getranzt. Wer hat? Das hat nichts über mich vor. Ich wollte den Bünder wieder... So nicht, Kevin. So nicht. Ich wollte den Bünder wieder zuziehen, ja. Was gut ist, wenn man eins wieder in der Mitte hat, kann man schön versuchen zu ziehen. Wie die Schleifer dann. Er sei ja gefangen. Hat sie zu vorne? Ja, ja. In dem Moment hat ich's vor. Fick! Oh! Jetzt sind wir die Falle. Oh, das war geil, das war... Das war geil! Ey, ich hab mich errichtet. Das war wirklich krass. Das weiß ich nicht. Ja, ich freu mich nach super, wenn wir den Bünder aber irgendwie... Ich wollte das mit einem Schleifer dann nicht schwank werden. Ja, irgendwie ein bisschen. Hört die Kamera, wie die heute alle wollen auf die Schuss. Ah, ich hab dich rein! Oh, nee. Echt jetzt? Ich dachte... Kevin, was war los? Ich weiß ja nicht. Oh... Jetzt... äh... 1 von 1 oder so. Da ist es von... Jetzt gibt es nämlich noch 3D und... Da muss aber auch nichts mehr heißen. Vielleicht kommen wir nicht mehr raus selber. Du verbaust dich grad selber, oder? Ja. Nee. Ich befürchte, dass... Oh, jetzt ist er... Oh, da hat er wohl Glück gehabt. Du kannst aber auch Glück gehabt, das war zufrieden. Ach, ich krieg's jetzt rein. Nee. Du fährst ja runter. Ja, ja. Ja, das ist auch fies. Wenn man zu sehr an die Kante geht und das Gegner... Dann hast du einmal außen... Dann kannst du den schön da raus drücken. Der muss auch raus. Ja, das ist... Die levelten sag ich überhaupt gar nichts aus. Wie gesagt, jetzt könnt ihr den Level in Sicht zum Beispiel auch auf das Brotter kaufen, wenn wir das zuerst für den Durchgespieler haben. Das muss man dadurch so falsch halten. Nein. Ja, schreckend. Nein. Und übrigens diese Gegner-Modis bis zum 21. November... Nein! Nein! Schau! Äh, was ich noch grade kurz ansetzen wollte... Diese Gegner-Modi bis zum 21. November... ...doppelt Geld und doppelte Fahrungspunkte. Die Gewinner bekommen glaube ich 16.000 Das ist unterschiedlich Boah, das ist ruhig auch spannend Sehr gut, mit 5 gegen 1 passt du schon Ungeab Ja, nein Mal kurz auf den anderen drauf Du hast fein abtraten gerade Ja, was soll ich denn machen, kann ich das Tier Der war schön, der war richtig schön gesetzt Genau vorher drüber gekommen Glück, zum Glück Glück gehabt, ja Boah, du stüchtest dich durchgefahren Dich hat es nicht verwischt Echt? Ja Gar nicht mehr raus Boah, ist das bitter Da musst du echt aufpassen Boah, hat es schön ganz ganz eng gemacht Viel Wunsch War schön gemacht, ja Zweite Runde Teil der Crew Sehr erhaltend Ja, er spielt halt das erste Mal jetzt mit uns in der Crew Gut Also mir gefallen die sowas von Ja, hat was Die sind geil Bist du, wie viel kann man die machen? Bist du vier leider immer bloß Ich glaube, wir haben nur die ersten drei angespielt Da waren es immer nur vier Vielleicht sind die anderen Karten größer Keine Ahnung Es gibt glaube ich sieben oder so Sechs oder sieben Zweite Runde War auf jeden Fall gerade spannend Mal schauen, wie die zweite Runde ist Ja Pasch mal gerade So, auf jetzt Jetzt ist die Spur aktiv Boah, nein Ich halte mich mal Quick Was? Scheiße Ja, Kevin, halt dich zurück Nein Das war knapp Ich war sehr knapp Die war halt noch vor dir rüber, ja Die Vogel kann so tief ist auch geil Was die Wänke im Kreis Ja, die ist halt wie gesagt auch wirklich wie Ton Im Film gibt es ja auch diese Szene, wo die von oben sich zeigen... Na, zu schnell! Wollt noch mehr... Ich möchte es für ein kurzes Gefahr genügen, Alter. Boah, du... Ich war doch unsichtbar. Sie muss sich durch die Spur durch. Wer sind denn alle? Aber... Wie kannst du nicht mal gegen eine Wand fahren? Ne, darfst du nicht. Tschüss! Was? Du warst runter von der Strecke. Ja, du warst runter von der Strecke. Vielleicht nicht. Da war mir zumindest so aus. Ja, ich war noch oben drauf. Es ist aber wie so etwas, als wäre es zu unten abgewogen. Leben macht ja zu. Nein. Boah. Scheiße. Nein, nein. Hast du es den ganzen Tag geschafft? Was war best jetzt gerade, David? Äh, Kevin. Ich weiß es nicht. Mir ging die Strecke auf einmal aus. Wir sagten das mit kurzes Vergnügen gerade. Boah! Das war's. Alles ist auf einmal. Das war's doch. Boah! Nein, das war's doch nicht. Nein! Mache! Oh nein, da war's! Oh. Scheiße, wie dachte ich euch mal in den Hunden? Ich wollte gerade sagen, wieso hast du eigentlich nur 6 Leben? Weil ich nicht, weil ich auch bei Raster hatte. Das hatte ich gestern auch die ganze Zeit. Ich hatte ja gestern den Cutter gehabt, da habe ich noch fast verloren. Dann hast du 6 Leben und die 3 und dann habe ich noch fast verloren. Ja, aber fast. Nein, nein, nein! Oh, Leben! Nein! Ah, Mann! Nein! Ich bin drüber gesprungen, genau in dem Moment, weil ich da rein gefahren bin. Ich dachte, sie ist einfach noch Leben, aber habe ich nicht, oder? Nee. Ach, ja... Krass, der Malte mit 4 doch, ey. Ja, ja. Oh nein! Ja, warte ich mir lange, jetzt ist er zu! Der hat beide nicht nur sich berührt. Da kam er nicht mehr durch. War keine Chance. Ja, war keine Chance. Und drauf! Shit! Huch! Aua! Das ist böse, ja. Was? Nein! Weil du mich gerammt hast, bin ich hochgeflogen und bin auf deiner Spur gelandet. Das hatten wir gestern ganz oft. Das hat ein Kerbel recht ganz oft, das ist so richtig hochgeflogen bei ihm. Das kippt! Glück gehabt! Ihr habt euch schön berührt in dem Moment. Ja, ich dachte eigentlich, dass... Steht ein bisschen auf Körperkontakt, habe ich mitgekriegt. Was macht man? Kerbel, du hast Sprung gewandt? Nein! Ich bin nicht gerne Sprung gefangen. Trigger mich! Ah, trotzdem macht das mega Bock auf meine Fälle, klar. Ja, ja. Jetzt wollen wir jetzt mit vielen Leuten, die sich dann untereinander ansprechen können und alles. Oder untereinander sprechen können und so. Macht das vorweg, es wird Bock. Wir haben ja gestern nochmal nur mit drei gespielt und dann nur mit Möhn dem Player. Ja, mit diesem... John Cena. Das ist der, glaube ich. Das Gute ist zum Beispiel, dass wenn man vier Spieler so in eine Haut rausgeht oder rausfliegt. Und dann sollte man sich da abgemacht, sondern dann geht rein. Ja. Aber jetzt wird's spannend. Ich spiele bei der Heisen, wo dann, wenn einer geht, dass ich jetzt der Heisen beendet habe. Deswegen spiele ich die Heisen sehr sehr ungern mit Random. Ich bin gerade bei einigen Missionen da als Absprache sowas von wichtig. Hm. Ja, nimm das bei der Agnetasche. Oh, ne. Bei dem Haus. Ich hab's. Ich hab's. Jetzt schon wieder gemacht. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Keine Chance, Baby. Immer ganz knapp bei uns, gell? Das ist so, wittest du, immer ganz knapp. Das stimmt. Wenn die Cutter jetzt gewinnt, ist es durch. Aber Runde 3 ist ja eigentlich meine Runde, ne? Ja, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Gestern war Runde 3 immer deine Runde, ja. Genau. Auch ein neues. Aber eigentlich müsste neben ihr auch einmal gewinnen lassen. Vielleicht wird die nächste Karte einfach geklebt sein. Wir werden's sehen. Mal schauen wir noch nicht. Nein! Damit legst du ihn immer noch so etwas drin. Tschau. von dir. Nein! Nein, nein, bestimmt noch! Du passt von meiner Sprüte, ne? Alter, nicht knapp. Du musst meinen, dass du aus. Weil, deine Sprüte ist noch voll. Also meine Sprüte ist noch voll. Ich weiß ihn nicht, aber ich bin nicht gestorben. das sieht so aus die Bascht ja ich hab gesagt dass du auf der Hausnummer an war und das liegt drück ich war ganz stark beim raus, bin aber selber zu weit raus gekommen hab ich aber auch gemeint Ja, das ist auch das A und O, dann hast du schon so gut wie verloren, wenn du irgendwo außen bist oder irgendwo in einem Kreis drin bist und gar keine Chance mehr. Ich bin auch noch da, obwohl ich nun mal so gesagt habe. Sehr schön. Oh nein! Du hast uns nicht verlassen lassen. Ich habe in der Kurve gekriegt und bin aus der Plane geflogen. Ich bin an der Wand hängen geblieben. Aua, ist auch doof. Nein. Ich habe gerade gespawnt. Man lebt, das kannst du nicht. Nein! Ich habe das Haus nicht gedacht. Du wieder gespawnt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte eigentlich noch drüber springen. Ah, ich habe den Malte noch an mich davor, ja. Und vom Malte durch. Ich habe einen gebt. Oah, Levin! Oh-oh-oh-oh. Slow-mo! Juhu! Ja, ich kann mich damit setzen aber angeblich. Was, so schnell verabschiedet ihr steckt jetzt? Ah, leider. War wohl nicht für die dritte Runde, das ist der eine, das bin ich heute. Levin ist diesmal ein guter Schlitzer, Seiger. Ah, fuck. Wie sieht der aus? Ich töte mich irgendwie mal so ein bisschen selber. Ein bisschen? Naja, ich hab ihn wieder mal selber abgeschossen. Was? Levin! Ich hab ihn erst mal geholfen, ne, wie du es hast. Ja. Wenn wir ihn nicht kattet. Ui! Boah! Ja. Ach, fuck! Ich hab mich nur von rechts gekommen, ich dachte mir okay zu dem Moment zu. Ja. 3, 2, 2. Levin mit dir nicht. Ich töne das doch einfach jetzt, weil sie sich alle konzentrieren. Ui! Okay, hast es doch geschafft. Wir schützen erst 3, 2, 2, weil wir schützen jetzt. 3, 2, 2. Das ist taktische Fahrt. Ja, ja. Mittlerweile ist es immer mehr auf Taktik. Ja, ja. Das ist klar. Mein Puls ist gerade bei 5. Ja, ich hab auch. Ich würde auch noch 10 lang. Wir würden den ersten Sieg hier haben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Scheiße! Aha! Was? Bist du durch? Hä? Ach, scheiße, Herrsch. Nee, du bist auch nicht moduliert. Ich hab dich in die Seine Raketenspur geschoben. Ich hab dich angetippt und dann bist du nach rechts abgebogen. Ja, wo ist denn meine gestorben, oder? Ich weiß nicht. Dann kommen noch mal in die Seine Spur rein. Fuck, yo! Ciao, ciao! Oh, shit! Und tschüss! Ja. Wir leben jetzt noch da ab. Wir kriegen jetzt die Seine Weg. Ja. Weil du zu einem stehst. Fick! Hm? Oh, 1, 1! Sag ich ja, wenn du so 1 gegen 1 gegen... ...machst du alles, wie du vorst. Keine Chance. ...eine Chance. Gute! Ich hab'n Spätruppe gezogen. Spätruppe gezogen... ...puh! Coole Runde. Alter, 70.000?! Meinst du, wir bekommen? Gut, ich bin 3x erster Platz. Klar, 70.000 Dollar. Okay Läuft Ja 5000 Also zumindest diese Runde Wir waren es ja noch am Ende Guck mal 69.000 und dann packen wir mal nur 20.000 und sowas 14.000, ja Ah, war nicht Das war jetzt nicht meins, aber mal gucken Warte, ich hätte ja noch das Fiesepinger hochgegeben